Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir, heute mit Special-Gast Lamy! Ey, Sui! Alter, Leute, ich spiele das erste Mal mit Lamy! Oh mein Gott, ich spiele... Lamy, was geht ab? Ey! Hä? Hä? Warte mal, bist du nicht die vom Banani-Musik-Video? Die bist du da? Ey, ja, das bin ich! Oh mein Gott, Leute, jetzt geht's richtig los! Ey, Lamy! Alter! Übelst geil, warte jetzt... Lass uns mal jetzt ausbrechen hier, komm mal her jetzt hier! So! Okay, aber schau mal, hier sind voll viele Fans von uns! Egal, sollen die alle hierbleiben? Leute, ihr seid die Besten! Richtig krass jetzt! Die sollen doch nicht hierbleiben, die sollen mitkommen! Ah ja, kommt mit, Entschuldigung, wir müssen ja ausbrechen! Oha! Leute, was ist denn hier los? Oha, Lamy, die gehen doch alle dir hinterher! Ja, komm auch hinterher! So, ich komm jetzt, ich komm jetzt so... Weißt du überhaupt, in was für einem Knast wir drin sind? Ja, in irgendeinem Berry-Gefängnis, aber... Ja! Was ist das hier? Ey, das ist... Wir sind einfach im Horror-Clown-Gefängnis drinnen! Horror-Clown? Ja! Horror-Clown, der bei dir im Haus im Keller war? Nö, nicht der! Das ist der von McDonald's, noch gruseliger! Der von McDonald's? Genau! Der Horror-Clown von McDonald's, ja! Du meinst doch Ronald McDonald, oder? Oh mein Gott, heißt der so? Ey! Ronald McDonald's! Ist ja noch gruseliger, dass wir jetzt den Namen wissen! Ronald! Alter! Leute, wir müssen jetzt von Ronald's, äh... Berry-Gefängnis hier ausbrechen, alter! Ey, schaffe ich das überhaupt bis zu dir? Guck mal, wie oft ich hier runterfalle! Ey! Ich bin schlecht, bist du bitte! Mann, sorry! Du weißt doch, ich bin noch ein bisschen nubig! So, jetzt aber! Mann, und jetzt! Jetzt! Ah! Mann, das kann ich mein Ernst! Oh mein Gott, Leute! Wie süß seid ihr denn? Hashtag Team Pink Forever! Oha, ich hab's gerade auch gelesen! Oh mein Gott! Oh, hast du gesehen, wie knapp das war? Oh mein Gott! Das war so gut! Okay, okay, ey, jetzt aber! Ey, da muss der Berry sein! Siehst du das? McDonald's Berry? Alter! Ja, Ronald! Ah, der sieht gruselig aus! Der rennt mir hinterher! Oh mein Gott, ich muss doch... Wurdest du gefangen? Oh, ich auch! Alter, hast du sein Gesicht gesehen? Ja, der war voll gruselig! Alter, hast du sein Gesicht gesehen? Der war nicht nur gruselig, der war richtig Horror! Leute, er kommt wieder! Los, los, los! Ah! Hilfe, Hilfe! Oh Mann, ich bin schon wieder tot! Ich auch, aber ich glaub nicht, wie scary der aussieht, ey! Auf jeden Fall, ich hab jetzt diesen Knopf da gedrückt, Leute! Man muss ja erstmal diesen Knopf hier unten drücken! So, jetzt auf jeden Fall schnell die Treppen hoch! Lami, wo bist du? Komm! Komm, mein Freund! Ich muss doch den Knopf drücken! Dann wurde ich gefangen! Ich wollte doch nur mit dir zusammen wegrennen! Komm! Renn einfach ohne mich! Mann! Mann! Ich wollte aber mit dir... So, jetzt gehen wir mal alleine! Ja, okay! Guck mal, du bist schon da oben! Ja! Hinter mir kommt jetzt hier Horrorclown! Bitte, bitte, bitte! Ich schaff das jetzt! So, kein Druck! Und... Ah, ich hab's geschafft! Okay, komm jetzt! Jetzt geht's los! So, let's go! Okay! Oh mein Gott! Dein Ass! Ey! Ey, bei mir ist... Ey, bei mir... Komm, bei mir ist es noch schlimmer! Ich bin einfach miese verbuggt! Siehst du das? Alter! Mann! Ey, ich bin verbuggt! Mann, Leute! Nein, ich kann nicht! Oh, jetzt bin ich draufgegangen! Mann! Egal, jetzt... Jetzt komm ich aber! Sorry, ey! Wirklich! Mein Gott! Lami, bist du eigentlich auch ein Noob? Nein, ich doch nicht! Du bist ein Noob! Nein! Ich hab so ein Gefühl, dass du auch so ein bisschen Noob in dir hast, ja? Hä? Leute! Ihr müsst jetzt mal in die Kommentare schreiben! Ich bin Roblox King! Ich bin runtergefreien! Ich bin runtergefreien! Ich dachte, du bist Barry Prison Profi! Mann, nein! Das weißt du doch! Mann! Guckst du nicht Emilies Videos? Sie betont doch auch extra! Ich spiele jetzt mit dem Noob von YouTube und sowas, sagt sie doch immer extra, weißt du? Oha, wie gemein ist das denn? Du bist doch kein Noob! Ja, aber... Oh Mann! Okay, du bist doch kein Noob! Du bist voll der Noob! Wir warten hier schon oben mit den ganzen Zuschauern! Echt? Jetzt warten hier alle auf mich? Ja, wir alle! Leute, das ist gerade so peinlich! Ey, sorry, Leute! Ich geb mir doch so viel Mühe! Okay, jetzt aber guck mal! Und jetzt! Oh, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Okay, jetzt! Oh, ich zitter voll! Ey, ich kann nicht gerade auslaufen! So, jetzt aber... Oh Mann! Okay, so jetzt aber... Jetzt jetzt... Komm schon, komm schon, noch ein bisschen... Die Sonne, die Sonne hier weggeht! Ah! Oh mein Gott! Ich war mir so... Ich hab mir so lange hier... Ich war mir so viel Druck! Guck mal, das Wetter schreibt schon... Lami, ich reine gleich, weil du so lange brauchst! Ah, sorry! Okay. So, geh du mal schon mal da rein! Geh du mal schon mal in diese... ...dings da rein! Da, wo dieser Tor offen ist! Alter! Okay, geh du mal schon mal da rein! Weil ich brauch ein bisschen Freilauf, weißt du? Ich brauch so ein bisschen Freilauf! Ah! Lami! Ich hab noch nie so lange gebraucht! Mann! Kann ich dir irgendwie helfen oder so? Ich weiß nicht! Du kannst mir nicht helfen, Lami! Du kannst mir wirklich nicht helfen! Egal, was du versuchen möchtest, du kannst mir einfach nicht helfen! Aber danke trotzdem! Du bist wirklich nett! Du bist echt nett! Danke! Danke, Lami! So! Komm schon, du hast das! Ah! Ah! Ey! Schatz, ey! Ich fahr gleich zu dir nach Hause und spiel selber! Fuck! Wie lange brauchst du bitte? Okay, okay! Ich sag, wann du springen sollst, okay? Okay! Ey, wie das hier aussieht! Oh mein Gott! Oh, ich glaube, du schaffst das! Weiter, weiter! Noch nie springen! Noch nie springen! Ja! Okay, ja! Okay, okay, okay! Nicht runterfallen, okay? Okay! Alter, hier sind so viele... Hier sind so viele Fans! Ich glaube, deswegen bin ich so aufgeregt! Mann! Mann! Oh mein Gott! Okay, jetzt sind wir auch schon hier beim Klo von dem Horror-Clown! Gibt es hier irgendwas hinter den Türen? Ah, je! Deine Kaka ist hier! Mann, nein! Das ist doch deine! Ihhh! Ey, wieso ist die aber lila? Ey, wieso ist die lila? Sei mal ehrlich! Dann ist die nicht von mir! Die muss ja von dir sein! Alter! Ja, aber wieso ist die denn lila? Jetzt überleg mal kurz! Wir sind doch bei der Horror-Clown in der Lobby! Vielleicht... Kaka hat ein Horror-Clown einfach in lila! Kann das sein? Alter, kann das sein? Ich glaube nicht, Jansen! Ey, Leute! Das warst du! Leute, nein, das war ich gar nicht! Lami, das gibt mir doch nicht die Schuld! Guck mal, wie das hier aussieht, hier mit Lava und so! Mit rote, äh, rote Towers! Was ist das? Sind das rote Bänke? Rote, was für... Rote Bete! Was, rote Bete? Lava? Lami, du hast schon irgendwie recht! Das sieht schon irgendwie aus wie Barbecue, oder? Schon irgendwie... Ah, ich liebe Barbecue! Nein, ich bin genau hinter dir runtergefallen! Egal! Alter! Jeder schafft das! Wirklich jeder außer du! Ja, aber wieso schafft das eigentlich jeder? Sei mir ehrlich! Spielen sie immer mit dir zusammen, deine Fans? Ja, natürlich! Aber ich glaube, du musst doch ein bisschen öfter spielen mit mir! Oh mein Gott, ja, safe! Lami, es tut mir wirklich leid! Wirklich! Ich war noch nie so ein Noob! Guck mal! Guck mal, wie oft! Lami, ich muss jetzt kurz klarkommen! Ey, Leute, sie braucht kurz Pause! Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben! Soll Jansel mit mir öfter Roblox spielen? Ich meine, ich kann sie ja trainieren! Leute, wir wissen alle, ich bin ein Roblox-Profi! Und, äh, naja... Jansel, du musst doch ein bisschen lernen, oder? Ey, ich weiß... Was machst du da hinten? Mann, ich weiß nicht, was los ist! Ich weiß nicht, was los ist! Ah! So, jetzt aber! Jetzt aber! Los jetzt! Und jetzt aber! Und noch einmal! Und jetzt! Ja, okay! Alter, wenn... Lami, wenn du mal wüsstest, wie ich aussehe während ich spiele, ne? Ey, ich glaub's selber nicht! Ich mach mir richtig Druck! Und dadurch seh ich immer so lustig aus und ich weiß auch nicht, ey, Lami... Ah! Jetzt! Ich hab's geschafft! So! Und jetzt? Sehr gut, sehr gut! Wieso geht das? Du musst einfach hier... Okay? Okay, also... Easy, easy! Okay, wir dürfen dieses Eiweiß dort nicht berühren, ne? Eiweiß? Das ist Popel! Das ist doch kein Eiweiß! Ah, es ist Popeln! Ja, war! Du hast Popeln berührt! Iiiiih! Leute! Wie geht das? Wie geht das Popeln jetzt am Klappen? Leute! Äh! Kommentiert mal! Ich berühre das doch gar nicht! Guck mal, ich berühre das doch gar nicht! Lami, ich berühre das nicht! Was passiert hier? Guck mal! Hier! Und jetzt? Hier! So? Ja, hier! Und jetzt wo lang? Hier! Okay! Ja, genau ohne hier! Bin jetzt da? Ja! Und jetzt? Du hast es geschafft! Oh, endlich! Es kann doch nicht wahr sein! Solange ich laufe jetzt auf jeden Fall von vorne, okay? Ah! Das ist doch keine gute Idee! Ah! Wo bist du? Oh, hier... Ich bin hinter dir! Hier siehst du schon, okay? Alter, hier sieht einer aus wie du! Hier sieht einer einfach aus wie du! Du hast einen Zwilling im Server! Siehst du das? Siehst du den? Aber ich wollte die neben dir! Jetzt! Jetzt! Ah! Ach so! Leute, wieso ist das? So kann es sein, weil ich mit Lami spiele? Bin ich noch mehr nubisch geworden? Hä? Was hast du mit mir zu tun? Ich weiß nicht! Ich bin irgendwie noch... Ah! Lami ist gar nicht mehr! So, und jetzt gehen wir rüber? Oh! Ah! Du hast es geschafft! Sag es doch! Okay, kommst du jetzt rüber? Okay, komm! Okay, let's go! Oh mein Gott! Ey! Weißt du, was mir gerade auffällt? Bei mir steht auch Emily drauf auf mein Outfit! Ich sehe das jetzt erst! Ich liebe Emily! Ey! Ich habe richtig viele Spiele mit dir schon... Was? Lami! Ich weiß die gar nicht! Dein Ernst? Lami liebt nicht Emily? Aber warum? Die ärgert mich immer! Alter, Leute! Wir haben das jetzt auf Video beweist! Lami liebt nicht mehr Emily! Oh! Oh! Also, Emily liebt mich nicht mehr! Oh! Leute, wir haben das alle jetzt! Donald ist da! Okay, jetzt hau ab! Los! Los! Ich schlafe hinter dir her! Los! Renn, rin! Los! Los! Ich hoffe es! Ich schaffe das auch, glaube ich! Ich auch! So, Lami, jetzt gib mal ein bisschen Gas! Los! Guck mal, ich habe dich schon wieder immer holt! Das stimmt doch gar nicht! Bitte, bitte jetzt die Schock aufholen! Es ist geschafft! Komm, komm! Hast du gesehen? Okay, Leute! Hier geht es auf jeden Fall weiter! Wenn ihr Teil 2 sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da! Vergesst kein Abo! Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao!